Diese Felsen ragen über 1000 Meter in die Höhe und es gibt Menschen auf der Welt, die klettern solche Felsen gerne hoch. Diese Wand ist die berühmteste Kletterroute überhaupt. The Nause. Das ist immer so geil, weil die Wand so zwischen Äste durchsaust. Normalerweise brauchen geübte Kletterer drei bis fünf Tage für die Besteigung. Die Huberbrüder wollen es in zwei Stunden und 30 Minuten schaffen. Der Rekord ist ein knüppelhartes Ding, den zu brechen. Ein Scheitern ist nicht ausgeschossen. Aber wenn wir scheitern sollten, dann gebe ich definitiv nicht auf. Das ist ein Traum, an den habe ich mir gesetzt. Ich möchte dieses Limit überschreiten und dann muss ich nochmal herfahren. Über den Bergsteigen habe ich Angst, bis ich sonst noch nirgendwo anders erlebt. Das sind einfach so Momente, die sind so intensiv durch diese Angst, dass wenn man diese Angst überwunden hat, wenn man das Ganze geschafft hat, dass man ganz sicher einen unvergesslichen Moment im Leben gefischt hat. Es kann von mir nie mehr so ein Seilpartner geben, wenn es nicht Humus ist. Und das hat natürlich damit zu tun, dass mein Bruder mit denen zusammen aufgewachsen wird. Und die Angst, die wir vor der ganzen Sache an sich haben, die schaltet sich dann genau in diesem Moment aus, wo es der Vollgas gibt. Und rein rational muss man ganz einfach sagen, naja, besser würde es unten am Boden stehen bleiben. Fünf, vier, drei, zwei, eins und go! Für manche Dinge im Leben muss man einen sehr hohen Preis bezahlen. Man bekommt sie nicht umsonst. Man bekommt sie nicht umsonst.